Tag der Istanbul-Reise. Wir waren in den Laboren der Türkisch-Deutschen Universität. Die dortigen Studis haben uns gezeigt, was sie in ihrem Grundpraktikum gemacht haben. Die jetzige Kanäle ist ein guter Bild von der Istanbul-Reise. Die Kaffee ist in der Stadt und in der alten Kaffee ist die Stadt. Die im Moodle-Fone ist ein sehr starker Bild von der Entwicklung. viel gelernt haben, geht es nun nach Hause nach Deutschland.